Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Demon Slayer. Wir haben ja den Prolog letztes Mal abgeschlossen und jetzt geht es ins erste Kapitel. Das letzte Auswahlverfahren, die große Abschlussprüfung um ein Demon Slayer zu werden. Und diese Hürde, beginnen wir. Tanjiro trainierte lange und hart unter seinem Lehrmeister Urokodaki. Um seiner Schwester ihre Menschlichkeit zurückzugeben und seiner Familie zu rächen. Nachdem Tanjiro den Felsen erfolgreich gespalten hatte, erlaubte Urokodaki ihm die Teilnahme am letzten Auswahlverfahren. Den letzten Schritt zur Aufnahme bei den Dämonenjägern. Also ich kenne die Geschichte, ich habe den Anime bzw. Season 1 geguckt. Aber trotzdem, viel Spaß beim Video. Erstmal. Entschuldigung. 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 Die sind schon einfach so. Ja. Entschuldigung, wenn ich ein Essen mache, dann mache ich es. Es geht nicht. Es ist jetzt die letzte Behandlung. Ich werde das jetzt machen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist jetzt die Behandlung. Ja. Die letzte Behandlung ist in Fuzikassana-Yama. Ich habe auch schon gesagt, dass es ein sehr unbegründer Ort ist. Das ist ein sehr unbegründer Ort. Das ist ein sehr unbegründer Ort. Das ist das, wenn ich mir das. Du bist auch sehr, das. Oh. Das ist das? Ja, ich habe mich über die Worte gefeiert. Ich habe mir gehofft, dass du dich aus dem Worte schlafen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit, dass du dich aus dem Worte schlafen. Ich werde das hier sein. Das war's für heute. Dann, Tanjiro! Das war's für dich. Ich bin ruhig. Das war's für heute. Ich glaube, dass wir jetzt hier sind. Wenn wir in den Krieg in den Krieg kommen, dann werden wir uns nicht mehr wissen, dass wir uns nicht mehr wissen können. Das ist das, was wir wissen, dass wir uns nicht mehr wissen können. Ich glaube, dass wir uns nicht mehr wissen können. Nesco Ich habe immer wieder dabei, als ich zu Hause bin. Ich habe mir immer noch nicht gehalten, aber ich habe auch immer noch nicht gehalten. Ich habe immer noch nicht gehalten, denn ich habe immer noch nicht gehalten. Es ist mir egal, Nezuko. Ich bin ein wenig raus, aber ich werde bald wieder zurückkehren. Ich bin ein schönes Mädchen und ich bin ein schönes Mädchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Erstens die Minikarte am oberen Bildschirmrand. Sie bietet dir einen schnellen Blick auf deine Umgebung. Dann die vollständige Karte zeigt dir einen allgemeinen Überblick über das Gebiet, das du erkundest. Rufe sie mit Dreieck auf. Dein Ziel wird mit einem doppelten Ausrufezeichen markiert. Setze die Geschichte fort, indem du an Orte gehst, die mit Ausrufezeichen markiert sind oder sprich mit Charakteren, die du dort vorwindest. Bei Erkundungen kannst du das Pausenmenü mit der Option-Taste öffnen. Von dort aus kannst du auf Belohnungen, Erinnerungsfragmente, Archive, Tutorials und Einstellungen zugreifen. Du kannst auch zur Kapitelauswahl zurückkehren. Wasser setzt. Gut. Sag mal hier. Du kannst hier alle Erinnerungsfragmente ansehen, die du erhalten hast. Dazu musst du im Pausenmenü Erinnerungsfragmente auswählen. Halte die Augen stets offen, denn Erinnerungsfragmente sind überall auf der Karte verteilt. Ja. Kannst du dir später anschauen, das ist gut so. Urokodaki. Sag mal, kann ich hier rein? Nein. Siehst du ein blaues Ausrufezeichen auf der Karte oder während du ein Gebiet erkundest, deutet das auf eine verfügbare Belohnungsmission für dich hin. Schließe alle Belohnungsmissionen aus einem Set ab, um ein Belohnungsfeld freizuschalten. Ah. Okay. Ist auch noch hier hinterm Haus. Das Holzschwert aus meinem Training. Aha. Und jetzt? Belohnungsfelder wurden für Kapitel 1 freigeschaltet. Perfekt. Begib dich zum Fujikazaneberg. Yes. Interagiere mit den leuchtenden Punkten auf der Spielfläche, um Kimetsu-Punkte zu erhalten. Diese können verwendet werden, um Belohnungsfelder freizuschalten. Erkunde jeden Winkel, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Kann ich jetzt auch einfach hier... Nee, guck mal, hier kann ich zum Beispiel nicht rein. Ich kann nur dem Weg folgen. Ja gut. Nee, ha. Strange. Es ist nicht so, wie es hier ist. Das ist der Fuchikazaneberg. Es ist der Fuchikazaneberg. Hier ist das Fuchikazaneberg. Das ist der Fuchikazaneberg. Ja, sprich mit der schwarzhaarigen Wegweisenden. Mit den anderen will ich eigentlich nicht reden. Ja, das letzte Auswahlverfahren fängt bald an. Bin ich bereit? Bin ich? Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kapitel 1 Das letzte Auswahlverfahren Ja dann ab auf Dämoniak Ja da wir jetzt selber spielen Danke Oh jetzt aber einige Herausforderer des letzten Auswahlverfahren Fujikaneberg und was anderes noch Okay Ich sehe es ja auf der Minimap sonst Ein seltsamer Ort Ja hier haben wir ein paar Kimetsu Punkte Das ist doch schön Und hier vorne haben wir was Oh ja Den äh Der hat keinen Bock mehr Aha Was ist los Der andere wurde von einem Dämon Dämon getötet Es ist direkt vor meinem Ja äh das Um das geht es ja in der Prüfung Du hast Angst Das ist schade Ups Entschuldigung Dann gehen wir halt rechts durch Hm eine große Lichtung Das schreit nach einem Kampf Ja ich muss Der Faden zur Schwachstelle Verteidigungshaltung ein Trifft dich der Gegner in dieser Haltung Setzt du einen Konter ein Und überrascht ihn In diesem Zustand ist der Gegner schutzlos Also macht ihr das zunutze Und schlagt zu Eieiei Oh mein Eie Ich will aber dass die blöde Ding da weg geht Kommandoliste Ne Sag mal Einstellungen Bildschirm Steuerungshilfe Aus Und fertig Übernehmen Ja Sieht doch schon viel besser aus Oh jetzt hat er mich getroffen So Okay Erledigen wir ihn halt so Ja ich bin gut Na Oh schade Hat nicht ganz geklappt Aber ne gute Kombo hab ich Ne neuner Aber auf hier Oh ja da ist er der Faden Oh Ah jetzt Einer noch Okay Oh ne 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 Das zieht bei mir nicht Doch es zieht Äh es zieht doch Hoppala Ja Ja bald könnte ich Ja bald könnte ich Einen Schub machen Komma ja hier Was macht er Ah ja nix besonderes So jetzt machen wir mal den Schub Wow 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 Jetzt komm Warum geht's nicht Welle Komm wir machen die Welle Ei 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 Oh ja da ist er der Faden Und weg Rang C Geht besser Geht besser Aber wir haben sie erledigt Immerhin ist er höflich Okay Weiter geht's Wir gehen nochmal nach links Da war ja noch dieser Kristall oder was auch immer Oh Den äh Hat's erledigt Ah er lebt noch Ich werde die Wunde versorgen Ja ja lass mich Wenn ich mich ausgut habe Werde ich mich verstecken Ich will nie wieder einen Dämon sehen Ja der Der ist von allen guten Geistern verloren Okay Ähm Ich frage mich wie ich da auf die andere Seite komme Gut da haben wir noch Kimetsu Punkte Ja Gehen wir halt hier durch Erkundest du ein Gebiet als Tanjiro Kannst du manchmal Gerüche mit R2 aufdecken Diese zeigen dir den Weg zu deinem Ziel Sobald diese Option verfügbar ist Erscheint R2 Geruchfolgen auf der linken Seite des Bildschirms Ja Ich weiß schon wer das ist Da muss jetzt nichts Ja Wir müssen wohl dahin Wir müssen wohl dahin gehen Ich weiß schon wer das ist Oh der haut ab Okay Oh guck mal was ist das Ist das eine Erinnerung Ah das sind die Erinnerungsfragmente Okay Dann haben wir hier hinten noch was Er versteckt sich Weglaufen Verschwinde Wenn wir zusammenstehen Findet uns ein Dämon Ich sollte zurückbleiben Damit er sich beruhigt Ja Ähm Ja da vorne bei der großen Lichtung Wartet dann wahrscheinlich unser Kollege Ne da war es ein anderer Dämon Auch gut Erlegen wir den schnell Uh das war ne gute Kombi Komm mal her hier Ah 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 Komm pack ihn Oder wir machen es so Oh ja da ist er der Faden Komm Sehr gut Ich wurde nicht einmal getroffen Rang S Belohnungsfeld Wurde für Kapitel 1 Freigeschaltet Ja perfekt Da geht's Weiter zum Geruch Ui Das hört sich nicht gut an Bis zum nächsten Mal Was ist das? Was ist das? Oh Oh Wuna 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 Ich weiß, wo er das ist. Was ist das? Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber das ist der mit der Schweinemaske und den zwei Schwertern nach der Prüfung. Das gucken wir uns aber im nächsten Part an. Für heute ist es erstmal gut. Ich bederbe mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.